So, da geht die Titi in den Ring. Ja, hier. Einmal bitte gerne runter hier in den Strat. Ja, ich auch, aber ich habe es gerne an den Strat. Fast sechs Monate, ja? Fast sechs Monate. Tüchvolle. Gesamter Schein. Sehr schöner Kopfschmerzen ausgucken. Nicht sehr schön rassetypischer Kopfschmerzen ausgucken. Nicht sehr schön rassetypischer Kopfschmerzen ausgucken. Rassetypischer Ausgucken mit richtigen Kopfdetails. Harmonischer. Schöne Serine. Schöne Gabi. Perfekt, ja? Sehr schön. Richtiger roten Sitz. Einmal bitte. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Sehr gute Winkelungen. Ja. Zurück bitte. Genau. Ja. Alles bitte. Okay. Ja, da ist ja. ain- kah. Ja,ja,cado. Eine kleine Runde und dann schlafen wir uns da oben. Hier befindet sich ein sehr hübsches Baby, Pädagog Nummer 58, fast sechs Monate alt, eine typische Gesamterscheinung, Scheminin, Kopf und Ausdruck, sehr schönen dunklen Auge, kräftigen Feedmen, sehr viel angesetzten und betragenen Ohren, einen harmonischen Oberlinienverlauf hat die Hünder mit einem korrekten Hutensitz und voller guten Haltung. Sehr schöner Freundstadt, sehr gut gebrochen, die sind vorhin hinterhand, em kommer die Kulade, Technik, Individual物اطs und Verfraktivkeit, und den Seiten, die die Hünder, die Hünder, die Hünder, die Hünder, die Hünder, die Hünder sind. Die sind nach vorne weggezogen. Ich verspricht ein Dankeschön.